Rückenschmerzen, weiches oder hartes Bett. Ins Bett sinken, den verspannten Rücken entspannen, loslassen und einschlafen und am nächsten Morgen erholt und schmerzfrei aufwachen. Ein Wunschszenario für viele, vor allem für Rückenschmerzgeplagte. Über- und Fehlbelastung tagsüber, Übergewicht sowie mangelnde Bewegung führen zu einer stetig ansteigenden Zahl von Menschen, die unter Rückenschmerzen leiden. Mehr und richtige Bewegung, richtiges Heben und Tragen sind eine Voraussetzung für eine Besserung. Doch damit die erhoffte Erholung über Nacht eintreten kann, ist die richtige Schlafunterlage mit entscheidend. Ins weiche Bett sinken, sich auf eine weiche Unterlage betten ist definitiv wenig zielführend. Sind Rost und Matratze zu weich, werden sie vom Körpergewicht nach unten gedrückt. Man liegt quasi wie in einer Hängematte. Unabhängig von der gewählten Schlafposition wird die Wirbelsäule ständig in eine unnatürliche, durchhängende Lage gebracht. Verspannungen und Schmerzen werden so keinesfalls verbessert, sondern noch verstärkt. Hartes Bett ist mehr Stütze. Einfach das viel zitierte Brett ins Bett einzuschieben ist jedoch der falsche Weg. Ist das Bett zu hart, ist die Muskulatur ständig damit beschäftigt, den Körper bzw. die Wirbelsäule zu stützen. Um zum Beispiel in Seitenlage ihre natürliche Position beibehalten zu können, müssten der Becken- und Schulterbereich tiefer in die Schlafunterlage einsinken können, was ein zu hartes Bett unmöglich macht. Durch den Druck, der durch das Körpergewicht entsteht, wird die Durchblutung gestört. Vor allem die Durchblutung in den Kapillaren. Ein orthopädisches, gewichtsunabhängiges Schlafsystem. Die richtige Schlafunterlage, die zu einer erholsamen Nachtruhe führt, ermöglicht der Wirbelsäule, dass sie in ihrer natürlichen, doppel-S-förmigen Lage bleibt und gleichzeitig auch gestützt wird. Und das gewichtsunabhängig, so wie bei jeder Körperverlagerung. Ein orthopädisches Schlafsystem gibt dort nach, wo es soll und stützt, wo es muss. Durch eine natürliche Naturkautschukauflage entstehen keine Druckpunkte. Eine Auflage aus natürlicher Schafschuhwolle ist ideal für eine angenehme Schlaftemperatur. Das Bedürfnis, sich zu drehen, minimiert sich und der Schlaf insgesamt wird wesentlich erholsamer. Perfektioniert wird die ideale Schlafunterlage durch ein individuell passendes orthopädisches Kopfkissen. Erfahren Sie in 90 Sekunden, welchen Einfluss Schlaf auf ihr Leben hat und wie sie ihn positiv beeinflussen können.